Hallo zusammen, ich hier ist wieder, und freut mich wieder für euch in Battlefield 100 unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die mittlerweile vierte Folge von meinem 0 to Gold Cap Challenge präsentieren. Und ja, es ist jetzt die dritte Woche quasi, wo ich dran bin und ich hoffe, dass wir heute Gold Cap zusammenkriegen wollen. Am Anfang will ich jetzt noch ein bisschen drüber erzählen, was ich die Woche so gemacht habe, um an Gold zu kommen, beziehungsweise euch auch noch eine kleine Geschichte zeigen aus gegebenem Anlass. Und zwar habe ich eben noch auch eine Boost-Geschichte auf einem Server gemacht, wo ich ja prinzipiell keine Chance habe und eigentlich auch kein Gold nehmen würde. Und da will ich euch jetzt zeigen, wie ich quasi Gold von einem Server zum anderen rüberbastle und was da so die Möglichkeiten sind. Und zwar, wo haben wir es denn? Genau, gibt es hier eine Seite, die schimpft sich TradeSkillMaster. Und mit der kann man, wenn man hier auf quasi die Aktionen geht, kann man hier Pet Compare machen quasi. Und dann kann man quasi, ja, sich eintragen, von welchem Server man die Pads traden will. Und dann kann man hier bestimmen, ja, wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich sagen, bei welchem ich wie viel Gewinn mache, beziehungsweise wie viel Prozent gewinne. Das ist vielleicht auch dann noch recht interessant. Und ich habe mir jetzt schon ein Pad gekauft, und zwar das eiskalte Händchen. Und ich werde mir jetzt aber noch eins holen, und zwar habe ich jetzt, glaube ich, noch so 7k Gold. Deswegen werde ich mir hier das Pandan-Ding holen. Und ja, das einzige Manko, was so ein bisschen an der Seite ist, dass das alles auf Englisch ist. Und wenn man einen deutschen Client hat mit Eigennamen von Pads, ist es immer ein bisschen schwierig, weil die auch nicht mehr wörtlich übersetzt werden. Dann gehe ich hier mal quasi auf die Pads drauf, gehe auf www.head und übersetze die dann. Wenn ihr eine andere Seite habt, wo man auf Deutsch direkt stellen kann, schreibt mir die gerne in die Kommentare rein. Das würde mir auch helfen. Das heißt zum Beispiel jetzt Bergpanda, und gut, das war Mountainpanda. Also okay, da hätte man vielleicht drauf kommen können, wie das heißt. Aber dann kann man sich das quasi hier auch rauskopieren und direkt im Auktionshaus raussuchen. Und so versuche ich jetzt so ein bisschen ein paar mehr Server abzudecken für verschiedene Boost-Leistungen, die ich habe. Und kaufe mir dann quasi im Auktionshaus die Pads, lerne die und haue die dann quasi wieder auf meinen Servern ins Auktionshaus rein. Also das ist ganz praktisch. Wenn ihr ein paar mehr Server habt, dann könnt ihr auch oben in dieser Suchleiste ein paar mehr Server abdecken. So, 2000 Gold habe ich jetzt noch. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch so machen können. Und zwar müssen wir jetzt noch irgendwas finden, was hier lukrativ ist. Man sieht hier übrigens auch den EU-Durchschnittspreis, der recht praktisch ist. Also sprich, wenn man mehrere Server dann noch hat, dann kann man sich auch mal so ein bisschen an dem Durchschnittspreis orientieren. So, hier haben wir jetzt noch eine Fledermaus, die wird sich eventuell noch lohnen. Und sonst, naja, 2000 Gold ist halt jetzt nicht so üppig. Hier haben wir so einen Pinguin, den könnte man noch kaufen. Pengu, wahrscheinlich heißt der ja im Deutschen ähnlich, schätze ich jetzt mal. Wir schauen jetzt aber lieber mal nach. Einmal wieder auf W-Wert und dann quasi drauf. Wenn ihr natürlich mit dem Englischen Kleinen spielt, ist das alles ein bisschen einfacher. Dann könnt ihr den Namen einfach übernehmen und müsst dann nicht, okay, der heißt auf Deutsch auch Pengu. Alles klar, hätten wir gar nicht machen müssen. Und dementsprechend kaufen wir den noch. Dann lernen wir die drei Pets. Das war hier übrigens, das habe ich für 380k gekauft und ist durchschnittsmäßig 107 wert. Beziehungsweise, ich glaube, Antonida ist sogar 120 oder irgendwas. Also tatsächlich relativ viel. So, jetzt sind hier noch 500 Gold. Ja, mal gucken. Die können wir dann noch vielleicht mal anderweitig auf den Kopf hauen. Oder ich lösche den Schar wegen den 500 Gold, brauchen wir jetzt eigentlich nicht anfangen. Okay, gut. Soweit das. Das nehme ich jetzt quasi bei meinem Main-Server wieder raus und gucke dann, dass ich die halt hier im Auktionshaus verticke. Also jetzt bin ich hier zum Beispiel auf Antonidas. Habe jetzt dann hier den Pengu, den hatten wir uns gekauft. Das eiskalte Händchen. Und wo war das letzte? Irgendwas hatte ich mir noch gekauft. Na, keine Ahnung. Ist nicht so wichtig. Die Sachen werde ich dann schon nochmal rausholen. Die können wir jetzt halt quasi hier wieder ins A-H stellen und dann dementsprechend das Gold von einem auf den anderen rüber basteln. Ihr müsst aber immer ein bisschen bedenken, so Pads verkaufen sich nicht so schnell. Schau, der ist jetzt hier 4.000 Gold wert tatsächlich. Den hatte ich ja für unter 2 gekauft. Und der hier, 118.000, den hatte ich drüben für 84k gekauft. Also, man kann dann sogar theoretisch... Ach, den Bergpanda, richtig. Ja, richtig, sagst du was. Wo ist denn der Panda jetzt? Habe ich den... Aber ich habe den gar nicht gelernt. Ach, der war Stufe 25, ne? Bergpanda, stimmt. Ich habe mir den Stufe 25 Pad gekauft. Da ist der Stream natürlich auch wieder hilfreich. 15.000 für... Warte mal, für was habe ich den denn gekauft? Der hat doch nicht so viel gekostet, oder? Warte mal, jetzt gucken. Gucken wir mal nach. Warte mal, für was habe ich mir den gekauft, den Bergpanda? Ähm, hier zurück. Ja, ist ja wurscht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es so viel. Also, da haben wir jetzt an den Pads schon einen guten Gewinn gemacht, wenn wir sie denn jetzt in nächster Zeit verkaufen werden. Genau. Das wollte ich euch bloß mal zeigen. Vielleicht ist der ein oder andere auch dabei, der verschiedene Boost-Sachen auf verschiedenen Servern macht. Und dementsprechend kann man theoretisch so auch dann nochmal extra Gold rausholen und so über den Pad-Handel ein bisschen was von Server zu Server verschieben. Okay. Das war jetzt das Erste, was ich euch zeigen wollte. Das Zweite, ähm, was habe ich die Woche so gemacht? Und zwar, so das Übliche, ein bisschen Freehold-Boosten, war jetzt die Woche ehrlich gesagt, ähm, nicht so effizient. Also, durch Boost-Leistungen habe ich nicht so viel verdient. Ich habe ein paar mal, ähm, das Aschenfell-Mushan geboostet. Kralle wollte ich auch, aber da ging nichts zusammen. Ich habe ein paar so Achievement-Sachen bei Leuten geholfen, ein bisschen Gold genommen. Aber unterm Strich an Boost-Leistungen habe ich nicht viel eingenommen. Ich war auf dem Main letzte Woche bei 6,45 Millionen, also bei fast 6,5 Millionen. Und jetzt bin ich hier bei 7,5. Heißt, ich habe in der Woche, ähm, ein bisschen über eine Million Gold über Boost-Leistungen gemacht. Das ist jetzt für den einen oder anderen viel. Ehrlich gesagt, wenn ihr jetzt letzte Woche betrachtet, ähm, was ich da gezogen habe, da bin ich, äh, fast um 3 Millionen, äh, in einer Woche an Boost-Leistungen hochgegangen, ist das natürlich eine, eine ganz andere Geschichte. Ihr müsst mir denken, die Woche war BlizzCon, dann habe ich ein, also, Videos dazu gemacht, angeguckt, dann war ein Tagesweggefallen für dieses Transmog, wo ich ja auch ein Video gemacht habe von der Collectors Edition. Dann hatte ich ja hier der Geburtstag, ähm, den LFR-Teil-Farm, das Mount-Farmen für, für Alterac Valley. Also, diese Woche war auch relativ, ähm, ausgebucht mit neuen Sachen, die ich da gemacht habe. Wer das hier schon gespastelt hat, da habe ich auch ein Video für gemacht, äh, weiß, das dauert ein bisschen. Aber aus solchen Sachen können wir auch Gold machen, und das ist jetzt die perfekte Überleitung. Und zwar habe ich heute angefangen, beziehungsweise gestern schon, ähm, mir mal Gedanken darüber gemacht, ob man hier Thorium mit Trillbahn, äh, äh, mit Trillbahn und Eisenbahn verkaufen kann. Und ich habe vorhin auch schon ein bisschen was gefahren, beziehungsweise mal Haar geguckt, und dementsprechend können wir da tatsächlich auch ein bisschen was rausziehen. Wir brauchen nämlich für eine Quest, wo man dann auch Marken bekommt, die kann man anscheinend immer wieder machen, ähm, hier diese verschiedenen Erzsachen, und darüber kann man sich das Mount relativ schnell zusammenbauen. Heißt, äh, auf verschiedenen Servern, wo jetzt nicht so viel von dem Erz drin ist, kann man da relativ viel Gold machen, wenn man den Preis bestimmen kann, denn es gibt halt viele Leute, die da auch richtig Geld reinbuttern, weil sie keinen Bock haben, das anderweitig zu farmen. So, da werden wir jetzt mal nachher gucken, ob wir noch ein, ja, das ein oder andere Gold quasi rausziehen können. Und da habe ich nämlich, ähm, auf einem anderen Charter, werden wir jetzt einmal rüberswitchen, ähm, habe ich nämlich ein bisschen was, äh, gefarmt gehabt, und dann können wir uns das mal angucken, und zwar hier. Ich habe nämlich jetzt auch einen Char, wo ich, ähm, warte, den löschen wir, Scheiß auf die 500 Gold, da fangen wir jetzt nicht mehr an, ähm, dieser Chart Post, na, verdammte Scheiße, okay, ich kann den nicht löschen, weil der Post hat, das machen wir halt irgendwann anders mal. So, hier gehen wir auf Antonidas dabei, ähm, und loggen uns auch schon mal hier ein, weil wir werden nämlich bei den ganzen Berufs-Charts dann auch nochmal die Postkästen ein bisschen aufmachen, und da reingucken, was ich die Woche so an Items verkauft habe. Aber als allererstes schauen wir uns jetzt nochmal meinen, ähm, Bergbau- und, ähm, Kräuterkundetschar an, denn ich habe sowohl gestern mit Drill gefarmt, als auch, ähm, 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 also heute, ähm, abend ein bisschen Eisenerz, ne, mit Thorium habe ich auch ein bisschen was versucht, da habe ich ein paar Sachen aufgekauft. So, und zwar habe ich eine Stunde lang in Farallers gefarmt und habe mir, ähm, drei, ein bisschen über 300 von den Eisenerz geholt, habe das hier mit Schmied umgecraftet, ich musste mir Schmied erstmal hochspielen, weil du kannst nur dieses Zeug verhütten, wenn du einen bestimmten Skill hast, ne, also, ähm, da müsst ihr ein bisschen schauen, da braucht ihr diesen Classic-Skill. Und da habe ich mir jetzt, ähm, halt, ne, wie gesagt, 300 Erz geholt und wenn wir jetzt mal reingucken, dann sind hier verschiedene Sachen drin, von Wertigkeiten und es sind nur ein paar billige drin. Ich habe mir überlegt, ob ich die aufkaufen soll und, ähm, dann dementsprechend meine relativ teuer. Ich wollte jetzt mal hier einsteigen bei 175 Gold, die werde ich jetzt mal einstellen und wenn die anderen die nächste Zeit nicht rausgekauft werden, dann kaufe ich die raus und resette halt so ein bisschen den Markt, denn du brauchst halt immer 75 von den, ähm, du brauchst immer 75 für eine Quest zum Abgeben. Ähm, das, wenn da einer sich das komplett hochkaufen will, quasi nü über die Erze, muss er halt 20 Mal diese Quest machen und dementsprechend wird er auch einiges brauchen. Und da bin ich halt am gucken, dass wir jetzt hier, äh, quasi 75 für 13.000 Gold verkaufen, viel kann ich verkaufen. Jetzt haben wir das mal, ähm, ja, machen wir das mal länger rein, ne, dass wir es wegkriegen. Und, ähm, ich lasse, ich kaufe das jetzt mal noch nicht aus, schauen wir mal, wie es, wie es die nächsten Tage ausschaut und das wird so ein Projekt für die nächste Woche und eventuell mache ich Marktreset. Ihr könnt, ähm, mal auf eurem Server gucken, wie die Preislage ist, wie viel SMRH, kann ich vielleicht Marktresetten, das kann sinnig sein. Ich habe mir Mithril gekauft und habe das, glaube ich, für, ähm, 50k pro verkauft. Ähm, da hätte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen höher gehen können und Thorium ist ehrlich gesagt hier ziemlich low, ne, also Thorium, seht ihr hier, 25, für 400 Gold verkaufe ich, da mache ich aber auch noch Gewinn mit tatsächlich, denn, ich habe mir Thorium für 3 Gold pro Stück gekauft, ja, heißt, wenn wir jetzt mal ausrechnen, ähm, ich verkaufe hier für 427 geteilt durch 25, dann sind es 17 Gold pro Thorium und ich habe für 3 Gold ein, ähm, 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 also ein Erz eingekauft, man kann das 1 zu 1 hier umdingsen, heißt, pro verkauften habe ich 14 Gold plus gemacht, also, ist auch nicht schlecht, aber da sind die Preise nicht so hoch und Thorium war tatsächlich relativ viel Maha, deswegen hat es sich auch nicht gelohnt zu resetten, das ist aber eine Frage, wie ist euer Server aufgestellt, kann sich das rentieren, wollte ich jetzt bloß am Anfang einmal zeigen, dass das eventuell eine Möglichkeit ist. Nebenbei habe ich jetzt hier auch noch einen Haufen von den Erzen, äh, anderen Erzen kriegt, äh, wie Gold zum Beispiel oder Silber und weil ich auch noch Kräuterkunde bin hier, ähm, ähm, teils auch noch einen Haufen Kräuter, die, manche sind sogar ein bisschen was wert, also da könnte man auch nochmal versuchen, ein bisschen Gold drüber zu machen, genau. Soweit, äh, zu der Geschichte, das geht jetzt übrigens wahrscheinlich so lang, wie das Event geht und das sind halt zwei Monate, ne, also da könnt ihr mal so ein bisschen in nächster Zeit Ausschau halten, wie ist es auf eurem Server, ist da, ähm, Potenzial da, ist da wenig im Auktionshaus, könnt ihr was farmen und könnt ihr mit Gold machen und ja, ich bleib da jetzt auf jeden Fall mal die nächste Zeit ein bisschen dran. Genau, dann würde ich sagen, ähm, schauen wir mal bei meinen ganzen anderen Chars rein, was die alle so, äh, fabriziert haben und dann muss ich jetzt erstmal den hier nur einmal rumporten und dann werden wir aber mit Main einmal anfangen, der hat ja Schmied und, ähm, Lederer, beziehungsweise ich habe auch noch mal einen Post von einem Viewer gekriegt und die können wir uns auch gleich mal angucken, wie viel Gold wir da noch reinkriegen. Ich habe auch mein Portfolio beim Boost ein bisschen erhöht, ich habe jetzt, ähm, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, dieses Rache der Kralle, bin ich jetzt auch am Verkaufen, ab und an kriege ich da auch noch einen Kunden für, weil, wie gesagt, Freehold ist halt jetzt ein bisschen ausgedörrt, das verkaufen zu viele zum einen und zum anderen kann man sich ja direkt jetzt einen 120er Boost kaufen und dementsprechend ist das halt jetzt immer so, hm, gibt es halt dann viele Leute, die sich dann halt lieber, ähm, direkt den Boost kaufen über Blizzard und dann hast du halt wenige, die dafür was zahlen wollen. So, dala, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier aus dem Postkasten rausziehen. Wir machen einmal, ähm, hier das auf und ihr seht, da ist relativ viel Gold drin und, ähm, ihr seht, ich habe auch wieder ein paar Sprungfedern verkauft hier und ihr seht hier 2,7 Millionen, das, äh, sind nicht Sachen, die ich nur so verkauft habe, denn ich habe hier, ähm, einen Viewer, wo haben wir es denn, äh, hier und zwar Benji Killer, der hört mit WoW auf und hat mir sein restliches Gold auf Anton Dias geschenkt, der schaut anscheinend regelmäßig Videos und dementsprechend meinte er, er hört auf und gibt mir quasi sein restliches Gold, hat sich da noch bedankt und das sind 2,6 Millionen, also ein Haufen und allein mit dem wäre ich schon auf Gold Cap, ich kann es aber gar nicht rausnehmen, weil das über Gold Cap ist, ne, äh, das werden wir am Ende noch, äh, quasi rausnehmen, ich will jetzt erstmal selber noch wissen, was ich über eigene Verkäufe gemacht habe und das können wir dann am Ende nochmal gucken, was wir vielleicht da noch rausziehen, genau, so, also nichtsdestotrotz, hier übrigens an der Stelle nochmal, vielen, vielen Dank für, dass du mir dein Gold, ne, deine, ähm, deine 2,65 Millionen da gegeben hast, das ist wirklich ein Haufen, da kann man schon mal, ich kann mal Danke sagen, so, jetzt gucken wir mal rein, was ich so verkauft habe und zwar seht ihr, ich habe hier, ähm, verschiedene Items von Lederer und Schmied verkauft, versehentlich auch ein paar Royale Gelee, Sprungfedern und für die Leute, die jetzt auch wieder sagen, na, die verkaufen sich nicht, die gehen nicht weg, ihr seht es hier, ich habe Sprungfedern, ein Stack für 7600 Gold verkauft, die gehen tatsächlich weg, man muss teilweise nur ein bisschen Geduld haben, Getriebeteile, Panzerteile, die gehen auch weg und hier, das sind halt noch mehr Items, die ich mir über Schmied und Lederer hergestellt habe, also tatsächlich eine richtige Menge und ich habe auch noch mal mehr Waren drin, heißt, mal schauen, was wir da overall rausziehen können, ich denke mal so, 100 bis 200k dürften es auf jeden Fall nochmal sein, was wir da in Gold nochmal rauskriegen, jetzt lernen wir das mal und dann schauen wir auch bei den anderen Berufen, was ich da noch rausgekriegt habe und, ähm, was wir nachher auch nochmal schauen, meine Investitionen, die ich teilweise auf anderen Servern getätigt habe, denn ich habe ja auf Lothar versucht, so ein bisschen auch, ähm, das Gelee zu resetten, naja, hat bis jetzt noch nicht so ganz gut funktioniert, aber wir, wir werden sehen, ob das vielleicht jetzt dann doch ein paar Früchte getragen hat in der Zwischenzeit, so, ähm, wir haben jetzt schon Gold rausgezogen und zwar 137.000 aus der ersten Ladung und, äh, so, naja, wir warten das jetzt kurz ab, bis dann, habe ich nämlich den genauen Goldwert, wenn ich jetzt re-lock, dann ist das weg, warte, wir können da mal das hier noch verkaufen, das haben wir weg, ah, okay, es hat schon resetet und was haben wir jetzt hier noch drin, ein paar Festmäler, mehr Getriebeteile habe ich hier drin, mehr Panzerungen, wieder ein bisschen Gelee, paar Schmiede- und Leder-Items, ja, das Gelee muss ich mal auf die Blacklips packen, das will ich eigentlich nicht verkaufen, das brauche ich tatsächlich selber, um mir, ähm, um das Bienenmauern zu verkaufen, was ich ja auch, ab und an in den Mann bringe, wobei, da ist jetzt auch schon wieder mehr Konkurrenz da und dementsprechend wird das auch schon wieder schwierig, ähm, da, äh, dementsprechend Kunden zu finden, ne, weil ich habe jetzt auf Antonin das gesehen, dass da zwei, drei Leute schon das auch verkaufen und klar, umso mehr Konkurrenz du hast, umso weiter muss die Preisen runter und umso unlukrativer wird es quasi und das ist dann halt immer ein bisschen, ein bisschen schade. So, uh, genau 200k und 684 haben wir jetzt hier rausgezogen, zwei Mails haben wir noch, eine davon ist, wie gesagt, hier noch, äh, der große Goldbetrag, da muss ich halt nachher was wegschicken, sonst kann ich das gar nicht erst aus dem Postkasten rausnehmen, aber, jetzt haben wir alleine mit, ähm, dem Account schon fast, 8 Millionen Gold und dann gucken wir jetzt mal rüber auf den zweiten und zwar habe ich hier meinen Hexenmeistern, und der ist, ja, Alchi und, äh, Inschriftenkundler, mit Alchi mache ich so gut wie gar nichts, weil sich das ehrlich gesagt nicht rentiert, aber ihr seht, Inschriftenkundler boomt, ich verkaufe sehr viele von diesen Trinkets, ihr seht, das sind alles hier, dieses hochgeborene Zeug, sind alles Trinkets, tatsächlich, und diese Gefäße sind, ähm, die Trinkets, also das ist alles aktuelles BFA-Zeug, was ich halt, äh, mit dem Inschriftenkundler bastel und da ist auch nichts anderes dabei, was ich, doch Ankerkraut, was ich mit einem Alchi rumtransmottiere, aber das ist die Minderheit, also ihr seht, da sind auch schon wieder über 100k Gold drin, das kann sie sehen lassen, und ich muss auch ehrlich sagen, äh, Inschriftenkundler ist tatsächlich einer der Berufe, die sich am meisten rentieren, zumindest auf Antonidas, weil diese Trinkets halt 400 Item Level sind, und, ja, über Bantic Gear gibt's keine Trinkets, Trinkets braucht man immer zwei, und, ja, eins kippt's auf Mecha und klar, aber das andere musst du dir halt, wenn dann irgendwo über eine Worldquest holen, wenn du den Charnoy anfängst, oder du kaufst dir so einen, so einen, ähm, Inschriften-Trinket, und die kosten auf hier, im Schnitt kosten die zwischen 2 und 5k, also jetzt nicht die Welt, und die sind relativ gut, für manche Klassen sogar, ähm, eins der besten Trinkets, die du holen kannst. So, hier ist noch mehr von dem Zeug drin, ihr seht, diese ganzen hochgeborenen, das sind alles diese Trinkets, die gehen richtig gut weg, zwischen drin sind ein paar Folianten, die hab ich auch noch hergestellt, wobei, die sind mir eigentlich schon wieder ausgegangen, also, das sind die Umskill-Folianten, die ja quasi einen Inschriftenkundler auch herstellen kann. Ihr seht, da sprudelt das Gold schon rein, das sind jetzt auch schon wieder 200k, neun Mail-Dinger haben wir noch, und, ja, ich hab's sogar, was ich euch zeigen kann, ähm, auf der Bank, seht ihr das, hier unten, ich hab richtig, richtig viele von den Teilen aufgestockt, ich hab alleine hier noch, ähm, von den Tinten, mehrere tausend rumliegen auf der Bank, die ich jetzt, äh, zwischenlagere, und wo ich dann immer wieder Sachen herstelle, ja, also, ich hab da richtig investiert, auch in die Dinger, und hier unten seht ihr, ich hab auch 165 von dem Expulsum, heißt, ich kann auch in nächster Zeit noch ziemlich viele herstellen, ne, also, es kostet immer ein Expulsum, um einen so einen Trinket herzustellen, das sind nochmal 165, ich hab schon davor sehr viel investiert, also, ohne jetzt nochmal mehr Gold investieren zu müssen, könnte ich jetzt nochmal x Dinger herstellen, theoretisch, aber das ist auch richtig, ihr müsst halt immer wieder Gold reinbuttern, um mehr Gold zu machen, aber, ihr wisst ja, am Anfang hab ich 30k hier einmal hingestickt, und das sind 30k, hab ich jetzt innerhalb von den 2, 3 Wochen schon 400k alleine mit, mit Inschriftenkundler wieder rausgeholt, und das sind täglich immer nur ein paar Minuten, die ich quasi wieder Sachen reposte, genau, das war der erste Beruf, den wir jetzt, oder die ersten zwei, aber eigentlich kannst du auf Anthony das leider knicken, jetzt können wir dann bei meinem zweiten Schall noch reinschauen, gleich so mal, als am Anfang noch gesagt, die anderen beiden sind leider nicht mehr so lukrativ gewesen, vor allem Juve ist ziemlich abgestürzt, leider, mit Juve stelle ich ja 310er Ringe her, weil höhere kannst du leider nicht basteln, und die sind im Preis gedroppt, ich hab jetzt die Woche keine neuen mehr hergestellt, und mit Inji verkaufe ich diese Flinten, und, naja, die verklaufen sich leider nicht ganz so gut, weil die tragen halt tatsächlich nur Hunter, und andere Waffen können halt viele, viele Klassen tragen, also da ist es leider nicht ganz so gut hier mit Inji und Juve, jetzt können wir mal reingucken, ja, 42k sind hier trotzdem drin, ein paar Sachen kommen zurück, und ihr seht hier, das sind die Ringe, die sind jetzt schon bei unter 1000 Gold pro Stück, da mache ich tatsächlich nicht mehr so viel Gewinn, die waren eine Weile mal auf 2000, 3000 Gold, die Herstellungskosten sind 400, 500 Gold pro Ring, und wenn dann halt einer noch für 6, 7,800 rausgeht, macht man auch noch Gewinn, alles kein Problem, aber halt nicht mehr, hat nicht mehr diese Spannen, die man an Gewinn erzielt, und muss halt auch mal sehen, man hat Einstellkosten, und das ist natürlich auch immer eine Zeit, die Sachen alle wieder rauszunehmen, wieder reinzustellen, heißt, da muss man halt auch ein bisschen schauen, wenn die Gewinnmarge zu klein wird, dann lohnt es sich halt nicht mehr so richtig. Zusätzlich habe ich ja noch diese Gewehre, die sind so 2000, 3000 Gold wert, ist auch ganz okay, aber das Riesengold zieht man leider aus Inji und Juve, zumindest auf Antonidas, im Moment nicht raus, aber selbst da haben wir, ja, ein ganz ordentliches Plus gemacht, und ich habe noch einiges an Erzen über, die ich quasi, ja, mir spare, um neue Items dann herzustellen, ich habe dann immer ein paar Ressourcen, wenn ich sage, okay, ich will jetzt hergehen, zack, Items basteln, um wieder aufzustocken, dann habe ich eigentlich immer ein bisschen was rumliegen, dass ich, wenn ich nichts mehr habe, nicht auf die teuren Mats zurückgreifen muss. So, und jetzt schauen wir noch den letzten an, und zwar ist das mein Schneider und VZ-Schar, und mit dem tue ich immer quasi alle anderen Schars, auch mit Rohstoffen versorgen, und dem, also vor allem mit Expulsum, und deswegen, ja, hat der eigentlich weniger Gold, als er haben könnte, weil mit dem kaufe ich halt, also heute zum Beispiel, alleine habe ich 10.000 mal Stoffe gekauft, was dann halt, die Stoffe an sich, die sind nicht teuer, aber wenn dann, wenn du dann halt 10.000 kaufst, dann macht es halt die Masse schon auch, und dann gehen dann halt auch mal 20.000, 30.000 Gold dafür drauf, und das mache ich halt regelmäßig, dass ich die halt dann auf andere Chars, rüberschicke, um mir halt Expulsum holen zu können. Dafür, was halt wiederum ganz praktisch ist, kriegt der, oh, jetzt habe ich die ganzen Handgelenke hier noch drin, oh, die wollte ich eigentlich rausschmeißen, jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache, ähm, ja, hm, hm, Mist, ich habe nie aufgeräumt, merke ich gerade, oh, weil ja, das sind nämlich genau die, die ich dann herstelle, und zu den Zwing stick, um nochmal Expulsum zu schaffen, und jetzt können wir das wahrscheinlich gar nicht genau angucken, ne, wenn ich jetzt, ähm, das öffne, hm, ihr seht, hier sind ein paar Kristalle drin, die ich verkauft habe, also sowohl, ähm, die Epic Kristalle, als auch die blauen Kristalle, die bekomme ich halt raus, indem ich hier immer die geschaffelten Items dann klein mache, und ja, dann habe ich noch so ein bisschen extra Gold gemacht, und die anderen, die grünen, schicke ich zu den Twinks rüber, und kriege dann das Expulsum raus, und da habe ich tatsächlich dann ein bisschen was verkauft, hier haben wir mal 3.700 Gold durch diese blauen Dinger bekommen, oder hier haben wir Epic Kristalle für 10.000 verkauft, auch die kriege ich aus den blauen Sachen, raus, die ich herstelle, also selbst das lohnt sich tatsächlich, das Problem ist, wir werden jetzt leider nicht die hinteren Items angucken können, weil das Ganze, ähm, hier noch mit Handgelenken zugemüllt ist, wir können ja einmal resetten, und dann mal schauen, ob ich da reinschauen kann, sonst kommt es dann halt ins nächste Video rein, ne, weil bis ich jetzt hier 150 Handgelenke klein gemacht habe, das wird so ein bisschen den Rahmen an der Stelle sprengen, wir haben aber auf Antonellas noch einen letzten Char, in den können wir auf jeden Fall noch reingucken, und zwar ist das mein Char, wo ich halt, ja, alle möglichen so Müll-Items verkaufe, Transmog und sowas, und da können wir mal gucken, ob der noch ein bisschen was gemacht hat, ich habe jetzt auch umgestellt, dass, ähm, mein Verkaufs-Add-on quasi nicht mehr einzelne Items reinhaut, sondern stackweise 50, 50er-Stacks, dass ich da nicht, ja, ich dachte mir schon mal, da sind so viele von den Greens drin, dass es mir den kompletten Postkasten zumüllt, ich schätze mal, dass wir an Dingen auch nochmal 50, 60.000, ähm, Gold gemacht hätten, aber, das, ähm, ja, oder ich könnte es, ich könnte es schnell wegschicken, ne, das wird eigentlich gehen, das dauert tatsächlich nicht so lang, dann machen wir das so rum, dann sehen wir, was da hinten drin noch ist, weil das interessiert mich jetzt auch, was wir da noch haben, und, ähm, ja, zeitgleich kann ich ja hier schon nebenbei mal, oh, schau mal, hier haben wir nochmal was verkauft, zeitgleich kann ich hier mal das Gold so wegschicken, dass mir genau auf, ähm, genau auf Goldcap rauskommt, dass ich es rausnehmen kann, und zwar, müssen wir das mal rechnen, also, 10 Millionen, 10 Millionen, minus 265.000, 2, so, also, dann brauche ich 7 Millionen, 349.999, müsste es sein, so, das schicken wir jetzt mal zu irgendeinem Zwing rüber, machen wir das mal so, dass ich es mal rausnehmen kann, und zwar, welchen nehmen wir da, wir nehmen da den, ähm, Char, der Dings hat, würde ich sagen, wo ich vorhin schon war, hier, der Schmiede Char, dann kann der vielleicht auch noch ein bisschen was investieren, Aluna heißt der, das schicken wir jetzt mal rüber, Aluna, hoffen wir, dass wir uns nicht verschrieben haben, okay, quasi, 100.000 wegschicken, oder? Ja, schauen wir mal, rechnen wir das aus, dass wir das mal ganz genau haben, okay, oh fuck, jetzt habe ich mich vertippt hier, dass man, dass man es da nicht rausnehmen kann, ich hatte das halt letztens, wenn du halt am, Anführungszeichen, Goldcap bist, ne, dann hast du die Problematik, dass du kein Gold mehr annehmen kannst, aus dem Postkasten, du kannst nichts mehr handeln, das ist ein bisschen nervig teilweise, deswegen muss man da immer ein bisschen gucken, so, also wir müssen wegschicken, 500, 8, ne, 9, 0, so viel müsste ich zu Aluna rüberschicken, müsste es eigentlich genau ausgehen, shit, ne, ich muss nochmal 9 Gold mehr wegschicken, anscheinend verrechnet, so, jetzt müsste es genau ausgehen, jetzt gucken wir mal, ja, es ist, jetzt geht es genau aus, also ihr seht, jetzt habe ich ziemlich genau Goldcap hier, gut, es würden noch ein paar Silber und ein paar Kupfer fehlen, jetzt nehmen wir das mit dem anderen noch, also nochmal fürs, fürs Auge ist natürlich schön, wenn hier quasi Cap einmal dran steht, aber jetzt an der Stelle muss man natürlich immer nochmal dazu sagen, dass ich da jetzt auch einiges Goldgeschenk gekriegt habe, ne, wahrscheinlich ohne das geschenkte Gold wäre schwierig oder wahrscheinlich eher nicht möglich, so, jetzt schicken wir einfach hier das Zeug rüber zu meinem anderen Char, dass ich das Inventar einmal noch aufmache, weil ich will jetzt dann doch schon wissen, was ich mit dem Schneider Char die Woche an Gold gemacht habe, ich dachte jetzt erst, ich muss es ja klein machen, das Zeug, und das würde tatsächlich ewig dauern, aber ich kann es hier einfach rüberschicken, was zwar auch dauert, aber nicht ganz so lange, wie das alles zu Scrabben, ihr seht schon, ich mache das schon immer auch im großen Stil, also vor allem, wenn du viel Expulsum haben willst, ich habe jetzt mit dem hier über 100, mit dem anderen Char nochmal über 100, musst du halt auch wirklich im Tausender, Zehntausender Bereich Stoffe investieren und dann auch Rahmschienen herstellen, ne, und das ist dann natürlich auch eine Zeitsache, und da ist es ganz gut, dass ich einen zweiten Account habe, sonst würde ich das wahrscheinlich jetzt auch, naja, gut, man könnte nebenbei was anderes machen, sagen, man räumt jetzt hier ein bisschen die Wohnung oder irgendwas auf, dann geht es schon, so, ne, das wird nichts mit meinem 20 Minuten Plan, ich hatte vor der Aufnahme gesagt, ich will das heute ein bisschen schneller machen, hatte dann aber nicht mitbedacht, dass quasi ich den ganzen Postkasten hier voll habe, den hätte ich vorher ausleeren müssen, das ist das Problem an der Geschichte, so, jetzt hoffen wir mal, dass das relativ zügig gemacht ist, wir nehmen jetzt mal hier das Gold raus, und schauen, was haben wir denn jetzt overall auf dem Account, da sind wir jetzt bei 10.561.000, und das können wir hier schon mal eintragen, 10.561.000 sind wir hier schon mal, also, da haben wir jetzt einen Sprung von 4 Millionen gemacht, wobei, ne, 2.65 Millionen sind halt dementsprechend, ähm, sind halt dementsprechend die Geschichte, die mir geschenkt wurden, also das müsst ihr so ein bisschen im Hintergrund behalten, okay, so, aber wir haben ja auch noch den zweiten Account, und da haben wir natürlich auch noch ein bisschen was gemacht, jetzt schauen wir mal, vier Sekunden dauert es noch, okay, dann können wir abwarten, bis der Refresh kommt, das, ähm, schicken wir jetzt auch wieder rüber, hier, zack, 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 das raus, Platz haben, dann schauen wir mal, was wir in Stoffwaren verkauft haben, ich hoffe dann doch auch ein bisschen was, wär's zumindest, ihr seht, hier sind auch ein Haufen Blaue dabei, also, die Splitter kriege ich halt omaß, und tatsächlich, äh, mache ich damit auch gar nicht schlecht Gold, ne, wie gesehen, hier 10.000 Gold für die Epic Splitter, 3.7 für, für so ein Stack Blaue, also, da kommt schon was rum, da macht's halt dann auch tatsächlich, die Masse, da macht's die Masse, na komm, ne, seht ihr, wieder ein Epic Splitter, also, das ist definitiv, keine schlechte Möglichkeit, dann mit Gold zu kommen, hier das Shufflen ist, ähm, teilweise alleine nur für die Blauen schon lukrativ, so, wie viel haben wir jetzt noch in der Post, äh, danach noch 37 Dinger, da müsste dann auch schon das Gold drin sein, das sieht doch gut aus, jetzt machen wir noch ein paar klein da, weil, und ich hoffe, ich hab über 50k, über, Stoff-Items gemacht, ich bin mir ehrlich gesagt dazu ganz sicher, weil auch die Stoffpreise sind, äh, in den Keller gegangen, aber es sieht gut aus, 37 Sachen, einmal verkauft, 59.000 Gold, und, ähm, hier seht ihr, sind, die allermeisten sind halt, ähm, Stoff-Items, die ich hergestellt hab, beziehungsweise, zwischendrin sind's dann halt noch hier im Staub, was ich verkauft hab, oder Splitter, die ich verkauft hab, hier hab ich sogar für einen Stack 5000 Gold gekriegt, hm, vielleicht hätte ich die einen nicht so, so günstig raus, äh, äh, dampfen sollen, ja, 50k haben oder nicht haben, na klar, nimmt man auf jeden Fall mit, so, nehmen wir das nur raus, das restliche Zeug werde ich dann demnächst mal klein machen, beziehungsweise weiterschicken, dann können wir uns gleich hier den nächsten mal anschauen, und ihr seht, auf Anto alleine mit dem hab ich jetzt auch schon wieder 1,2 Millionen, was war das jetzt hier noch, das war das Geburtstags, äh, Ding, und vom Postmeister irgendwas, was ich noch zurückgeschickt bekommen hab, gut, loggen wir weiter, zu meinem letzten Char, und bei dem hab ich über die Woche den Postkasten schon einmal geleert gehabt, muss ich gestehen, aber das waren dann so ein Haufen Kleinfutzelzeug, und zwar, ähm, hab ich da lauter Einsatzdecks eingestellt, in der Postkasten hatte, glaub ich, 250, äh, Items waren im Postkasten, mit verkauften Zeug, aber das war dann halt immer ein Leinenstoff, oder Leinenstoff verkaufe ich nicht, aber ein, ein, irgend so ein Leder von BFA, oder irgendein Stoff, oder so, immer Einzeldinger, und das macht halt, also, äh, das macht halt keinen Sinn, und dann kann ich euch auch gleich zeigen, hab ich, äh, was umgestellt, oh, ich hab eine Donation bekommen, auf ein Neues, vielen Dank dir, unge Li, danke dir für 5 Euro Donation, das wird im Video mit drin hier, so, jetzt gucken wir mal, das ist quasi mein Char, wo ich in Anführungszeichen Crap verkaufe, und auch der hat ein bisschen Gold gemacht, wie ihr seht, das war jetzt nicht viel, ne, ähm, die, die größten Sachen sind hier, äh, irgendeine linke Hand, das ist ein Transmog, dann hab ich ein Pad für 8k verkauft, ein Pad für 7k, ein bisschen Gelee, dann sind es nochmal Pads, das ist irgendein Schwert, hab ich da vertickt, und ihr seht, das ist halt viel klein, Krimsel, Kramsel, und halt auch, ähm, hier Mats, aber diesmal keine Einzelnen mehr, sondern, jetzt hat er tatsächlich bis zu, hier seht ihr, bis zu 50er Stacks verkauft, sonst ist der Postkasten unnötig voll, und das können wir jetzt mal einmal rausnehmen, und dann kann ich euch zwei Sachen zeigen, und zwar das eine, was ich so mit dem noch an Transmog im Aha habe, beziehungsweise Pads, und das andere sind dann halt noch, ähm, ja, das andere sind dann noch, äh, die Einstellungen, die ich umgestellt habe, wenn ich es denn jetzt gleich noch finde, war, ähm, kann man da einfach bei TSM eine Geschichte umstellen, und dann ist es recht easy, dann kriegt man, naja, schau mal, hier habe ich noch ein bisschen Sachen vom anderen Schar rüber geschickt, die muss ich dann auch noch verkaufen, aber das machen wir auch nicht jetzt, so, wir gucken jetzt bloß mal rein, was ich da noch drin habe, und zwar, ähm, können da weit runter scrollen, seht ihr das, hier, das sind 474 Items, und manche Transmog Sachen, seht ihr, sind ja auch ein bisschen mehr, gut, also, das kauft hier keiner für, für eine Million Gold, also, das ist zwar anscheinend der Marktwert, aber das wird, warte mal, wir stellen mal hier Teuerste ein, okay, und da seht ihr, wenn ihr einfach alles mit dem Add-on automatisch reinhaut, passieren halt auch solche Sachen, dass ihr sowas für Gold Cap einstellt, keine Ahnung, natürlich kauft dieses Zeug keiner für Gold Cap, aber irgendwo hat er sich halt die Werte hergesogen, ähm, ja, da müsste man vielleicht mal irgendwelche Einstellungen ändern, also, das ist natürlich Käse, brauchen wir nicht drüber reden, aber, zumindest, die überwiegenden Items sind zu sinnigen Preisen eingestellt, ja, also, wir brauchen jetzt nicht, schauen, was, was ich maximal, also, als Gold Wert habe, weil das ist sicher falsch, man kann ja auch, äh, theoretisch, warte mal, man kann ja auch theoretisch hier bei TSM, den, ähm, den Warenwert angucken, das wären 65 Millionen, äh, klingt cool, aber wenn ihr gesehen habt, dass da ein paar Items für Gold Cap drin sind, die kein Gold Cap wert sind, die wahrscheinlich 15 Gold, 15k Gold wert sind, wenn es hochkommt, ja, äh, kann man natürlich da nichts drauf geben, das ist, das, da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen was umstellen. So, jetzt bin ich gerade überlegen, wo habe ich das genau eingestellt, ähm, und zwar, wo waren das, hier bei, ähm, Shopping, Crafting, Accounting war das, da war es Default, und hier habe ich quasi umgestellt, dass ich bei dem, bei der Standard Verkaufding, wo halt die meisten Items bei mir drin sind, also Standard sind eigentlich alle Items drin, wenn ihr nicht die Items irgendwo anders reingeschoben habt, und da habe ich jetzt halt einfach mal auf 50 gestellt, dass er mir nicht die Items alle einzeln verkauft, weil das macht keinen Sinn tatsächlich, und so habe ich halt nicht so viel Mist im Postkasten. So, jetzt gucken wir mal rein, also wir sind jetzt hier bei 1,2 Millionen, beziehungsweise auf dem zweiten Account overall bei 1,9 Millionen, und was wir jetzt noch kurz machen, ist, ähm, einen anderen Server kurz checken, und zwar checken wir ganz kurz noch Lothar, da hatte ich ja so ein bisschen Marktresetzeug probiert, und ich habe zwischendrin tatsächlich ein bisschen Gelee verkauft, ich hatte ja alles rausgekauft für teilweise unter 100 Gold Gelee, also teilweise 60, 70 Gold ein Gelee gekauft, und hatte alle Gelees für 500 Gold reingehauen. Lothar, müsst ihr wissen, ist ein relativ kleiner Server, da ist meistens nicht viel im, ähm, quasi im Auktionshaus, und dementsprechend kann man halt leicht die Preise bestimmen. Ich bin da, also normalerweise, wenn du die Preise bestimmen willst, müsstest du immer wieder einloggen, immer wieder das verkaufen, ich mache das jetzt nicht so regelmäßig, und zu 90% verkauft sich mein Zeug nicht, aber ich habe die letzten Tage immer mal wieder 10 Gelee für 5000 Gold verkauft, ja, jetzt wird wahrscheinlich nichts im Postkasten sein, äh, was ich, ah, gut, da ist das ganze Zeug drin, was ich, äh, was zurückgekommen ist, aber ich kann euch mal zeigen, ähm, oder wir können uns mal reingucken, ich habe jetzt nämlich auch schon wieder 400.000 Gold hier auf dem Server, ist wieder ein bisschen mehr geworden, ähm, schauen wir mal einfach an, wie die Preisentwicklung im Moment ist, hier Gelee, also ist jetzt wieder ein bisschen was runtergegangen, aber ich hatte hier, glaube ich, ähm, 24 Stacks, und ich habe jetzt, ne, schon 7 Stacks verkauft, a 5000 Gold, was ich halt Items für teilweise unter 100 Gold gekauft habe, das ist zwar eine C-Sache, aber so, so über die lange Zeit kriege ich es verkauft, weil ihr seht, das insgesamte Volumen, was hier drin ist, sind vielleicht, ähm, sind vielleicht 300, äh, 300 Gelee, was andere Leute haben, und ich habe halt 500, 600 hier drin, und ihr müsst euch denken, wenn ihr keinen Rufbonus habt, braucht ihr für einen Mount 2000 Gelee, heißt, wenn jetzt hier einer reinkommt, der einen Haufen Gold hat, und sagt, okay, ich will, ähm, ich will mir das Mount sofort kaufen, egal wie viel es kostet, dann muss er halt meins auch kaufen, ne, weil halt einfach nicht sonst genug drin ist, was auf Antonidas zum Beispiel nicht gehen würde, ne, auf Antonidas ist so viel Zeug drin, da brauchst du sowas nicht probieren, ne, sowas kannst du halt hier auf, auf einem Low-Pop-Server ein bisschen probieren, und ja, mal gucken, vielleicht verkaufe ich den Rest auch noch über die nächsten Wochen, so, jetzt tragen wir hier noch die Werte ein, was haben wir gesagt, habe ich jetzt overall auf dem zweiten Account, das sind 1,9 Millionen Gold, und warte mal, ein paar zerhackte, wie viel zerhackte sind es, und 1, ja, okay, 1,9,0,1 haben wir hier, gut, dann sind wir jetzt beim gesamten Gold von, ähm, 12 Millionen und, ähm, 462.000, und ihr müsst jetzt aber bedenken, ich habe 2,65 Millionen, also, hätte ich jetzt nichts geschenkt gehabt, dann wären wir knapp unterm Gold Cap, dadurch, dass ich jetzt was geschenkt bekommen habe, sind wir gut über den Gold Cap, und sind jetzt auf über 12 Millionen, insgesamt, und damit, ja, habe ich das Gold Cap Ziel erreicht, und, muss jetzt mal überlegen, ja, ich denke mal, ich werde jetzt eine ähnliche Videoreihe weitermachen, die auch immer montags kommen wird, die wird halt ein bisschen anders heißen, wahrscheinlich Gold Tagebuch oder so, ihr wisst ja, ich will mir die Kartenspielmounts kaufen, die kosten mehrere Millionen, die, die ich mir holen will, kriege ich leider keins für Gold Cap, sondern eher für mehr als Gold Cap, deswegen wird das Ganze jetzt noch ein bisschen weitergehen, zumindest, äh, bis Patch 8.3, wo ich dann wieder ein bisschen mehr zu tun habe, und ja, ich überlege mir noch, wie ich es genau nenne, aber wahrscheinlich wird es auf Gold Tagebuch oder irgendwie sowas rausgekommen, oder es heißt dann Gold Cap, äh, oder es heißt dann zweimal Gold Cap Challenge oder so, wenn ich nicht so kreativ bin, keine Ahnung, muss ich mir mal überlegen, sieht aber auf jeden Fall nicht so schlecht aus, und so guter, ähm, zum guten Schluss schauen wir nochmal hier rein, ja, der eine Chart hat einfach Gold Cap, sehr schön, gut, das war's mit dem kleinen Video, wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder Diverses habt, schreibt es gerne in die Kommentare, eins will ich noch sagen, ich werde jetzt demnächst auch versuchen, in den, ähm, Training Card Game Markt, äh, zwecks Handeln einsteigen, also mir welche kaufen oder welche verkaufen, mal gucken, ob das klappt, oder ob ich da auf die Schnauze fliegen werde, da muss ich mal noch schauen, okay, gut, dann, ähm, wünsche ich euch noch viel Spaß und Freude beim Goldfarmen, das war's mit dem Video, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao! Ciao!